Bewegung in der Salzburger Autoszene. Nach dem Ausstieg von Suzuki Österreich aus dem Händlervertrag mit der ÖFAK ist die Gmundner Firma Swoboda in Anif neuer Suzuki Partner für die Landeshauptstadt, den Flachgau und den nördlichen Tennengau. Am 12. September wurde die Filiale offiziell eröffnet. Das soll das Zentrum für uns jetzt in Salzburg werden und hier wollen wir den Bestand erweitern, die Mitarbeiter aufstocken und hier wollen wir, wie gesagt, ein gutes Fahrzeughaus sein. Suzuki setzt auch in den neuen Autohaus auf seine beiden erfolgreichen Automodellsektoren. Suzuki hat zwei große Bereiche, wo sie sehr, sehr gut unterwegs sind am Markt. Das eine ist natürlich der Allradsektor, mit dem Suzuki über Jahrzehnte groß geworden ist. Aber Suzuki hat gerade in den letzten Jahren eine fantastische Modellentwicklung gemacht im Kleinwagensektor. Das Suzuki Swift ist ja Trendsetter geworden oder fast zum Kultstatus eigentlich mutiert. Und mit dem neuen Splash haben wir wieder ein tolles Auto, das gerade für die Stadt oder für die Umgebung der Stadt wirklich nur Vorteile bietet. Suzuki Österreich Manager Helmut Pletzer zeigt sich zufrieden, mit dem Autohaus Swoboda einen der erfolgreichsten Händler nach Salzburg geholt zu haben. Helmut Pletzer ist seit vielen Jahren einer unserer erfolgreichsten Partner mit dem Stammsitz in Oberösterreich. Und er zeichnet sich vor allen Dingen durch den personifizierten Verkauf aus. Und ich glaube, dass in Zeiten wie diesen, wo also doch eine sehr, sehr große Verunsicherung herrscht, einmal die wirtschaftliche Situation, zweitens die Umwelt, die vielen Auflagen, die jetzt diskutiert werden, die rund ums Auto passieren, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir eine Möglichkeit bieten eines personifizierten Verkaufs. Und dass also wirklich der Kunde sich in einem Autohaus zufrieden fühlt. Und dass er neben einem sehr guten Produkt, das Suzuki natürlich auch auf alle Fälle bietet, dass wir natürlich auch nebenbei auch eine sehr, sehr persönliche Betreuung haben. Dass der Kunde sich wirklich wohl fühlt und sicher fühlt, was mit seinem Auto passiert. Ja. Vielen Dank.